Es ist da irgendwie nicht so nett So, auffüllen, weiter Wohin denn? Warum? Willst du mich irgendwie verarschen? Du musst dich dem Ziel unbemerkt näher vorst. Sektor 1, Delta 6 priorisieren. Starker Gegner. Alter, ich hab keinen Plan, wo ich hin muss. Da lang. Hopp! Nein! Ich hab gerade... Ich hab gerade Kuh gedruckt. Wenn der so behindert ist und mir nicht gleich am Anfang sagen kann, wo ich hingehen muss, dann verstehe ich das auch nicht. Ja, Enter. Kleiner Kackspass. Los! Ich hab hier was. Da ist bestimmt nichts. Da ist bestimmt nichts. Ich mach's gar nicht weg. Ich hab mal keine Ahnung. Ha! Alter! Ich steh nicht auf so einer Scheiße! Du musst dich dem Ziel unbemerkt näher fahren. Ja, das ist mir bewusst. Was? Ja, klug bist du, dass das ein starker Gegner ist. Ja, aber Alter, ich habe nie einen blauen, wo ich hingehen musste. Da und sind die blauen Dinger irgendwo anders. Wie viel Munition hat denn das Ding eigentlich? Natürlich. Nett, nett. Wow. Geht doch. Mist, self-waffe. Vergiss es, die nützt uns nichts. Warum? Wohin musste das jetzt? Links. Scheiße. Wie machst du das? Mann. Mir gefällt zwar nicht, wie du das gemacht hast, aber es ist einfach toll. Sauber. Wohin denn? Wohin soll ich laufen? Hacken. Gib mir ein Update zu deiner Position. Ich komme zu dir. Roger. Erledigt. Wohin. Aber sie machen da Schild hin. Die verstehen warum. Bei denen macht sowieso nicht was aus. Wenn der Pseiholz da vorne ist, dann würde ich wirklich gerne wissen, wie der da vorne hinkommen ist. Das ist jetzt genau da, wo er ich haben will. Sehen die das jetzt wirklich nicht? Diese elektrischen Pfeilspitzen sind ziemlich effektiv. Probier sie mal in dem See dort aus. Hä? Was ist das? Oh! Oh! Ich brauche jetzt Money. Das schaut elektrisch aus. Was ist das? Hilfe! Sterbt! E. R. Ich kann ja mal Air-Druck hin, weil ich keine Munition mehr habe. Aufpassen, Profit. Zellverstärkung nähert sich. Benutzt E. R. Nix da! Ähm... F. Boah! Boah! Da! Da ist er down, da ist er down! Da ist er der. Und du hast... Cell-Waffen werden in meiner Nähe abgesetzt. Ui. Durch da. Zu Psycho stoßen. Wie ist denn der da so schnell hinkommen? Hat der da jetzt irgendwie ein Flugzeug irgendwo hergestohlen? Das geht ja gar nicht. Der ist viel schneller als ich. Wo hast du die Klappe her? Das ist nicht wichtig. Mann, ich hoffe, du weißt, was du tust. Komm schon. Wir müssen durch die Tunnel ab zum Zugdepot. Zum Zugdepot. Dann auf zum Zugdepot. Ui. Warte. Ich bin gleich. Aua. Spring. Ja. So geht's natürlich auch. Aber man kann es auch so machen wie ich. Weißt du, es ist wichtig. Es gab eine Menge Gerede über dich und den Anzug. Alien-Modifikation. Deine Vision. Jo. Die Leute wissen nicht mehr, wer du bist. Was denkst du denn? Ich bin hier, oder? Schlempfer. Visier passt. Sei sie jetzt. Wir nähern uns einigen Cell-Patrouillen. Okay. Ja, war's nicht so laut, Alter. Probleme. Kontrollpunkt erreicht. 97 Meter. Ich soll leise sein. Kletter doch hoch. Perfekt. Wir müssen mich verarschen. Bist du scheiße. Warum geht er nirgendwo? Ding. Neu starten, laden, Dingen. Hohen Sohn. Spachtel, Homo. Ja, dann geht's immer instant. Versteh das nicht. Weiter geht's. Das Geschütz macht euch alle fertig. Und ich kann einfach durchrennen. Hm, da ist Muni. Scheiße. Scheiße. Dammel, dammel. Wie viel überlebt ihr denn eigentlich? Gibt denn irgendwie fünf Hitmarks in den Kopf, Alter? Wo kommt denn der Hurensohn jetzt schon wieder her? Kriegt ihr schon wieder einen? Puh. Fixed Game. Du kannst außen rum gehen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Du kannst das einfach mit mir mitgehen. Dann hätten wir nicht die Probleme, dass wir da und getrennt wären. Wir sehen uns aufatura. Ich bin bald! We huh? Wir sehen uns auf dem Kopf. Wых das ist fix. Vielen Dank.